Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile. Ich bin jetzt momentan noch in Normal am Farmen. Wir gehen zu Dominos, dem Endboss und töten ein bisschen. Bisschen, bisschen töten. So, geh weg. Ähm, wo ist denn der Eingang? Der müsste oben sein. Hier bei der Skyline entlang. Ich habe jetzt totale MF-Items an. Dann bin ich auch ein bisschen schwäche. Aber, jo gut. Dann gucken wir mal. Und Herz nicht stören nicht bitte. So. Also, Dominos, hallo. Grüezi. Was redest du? Kacke. Nerv nicht, du Schwab. So, sie ist tot. Er ist tot. Der Feuerdrache-Ding da. Ähm. Da kommt noch einer mit. Chaos-Ding. Mein Mana ist schwach. So. So. Hallo, liebe Leute. Ja, verfluch mich doch nicht. Mal ein bisschen selber verfluchen. So. So. Was machst du jetzt? Wo ist der Fluch? Nein, nicht der Fluch. Da. So. Aua. Das macht weh, hallo. Das macht doch weh. Aber du bist auch eine Illusion. Ah, je. So, komm, du Schlechte Gib mir mal ein bisschen Trank wieder Nichts getroppt, oh du Arsch Feigling, Feigling Naja, das nächste Mal Ich muss mal ein bisschen Mana haben Ein Saffir Ring bringt nichts Was ist das eigentlich für ein Ring? Power Ring, okay Nö, bringt nichts Also machen wir ein Kruell weiter Schade Wir gehen hier ins Strand ein bisschen Vielleicht finden wir hier das Aber noch durchlaufen So Ja, die Gegner sind hier Viele einfach So Gut Und wo ist das der Große? Da ist der Große Oh, muss ich wieder heilen Und das war das für ein Treffer Da hat ja mega viel Damage gemacht Ich kann nichts mehr tragen Ich bin zu schwach Meta-Bögen brauch ich eigentlich nie So, Fuck, hab ich auch genug Wegschmeissen Nicht zu viel lagern Ich lagere immer zu viel Nun gut, jetzt Verkaufen des Zeugs Oh Nicht schlecht Das ist so Giganten Das Brauche ich nicht Ich mache nie einen Schildcharakter Eher so Spezialschildcharakter Ähm Nö Oh Mann Es bringt gar nichts mehr Gebe Items einzusammen Ich hätte trotzdem noch ein bisschen Einsam Framrüstungen Irgendwann kommt eine gute Rüstung Und dann ist gut Was? Ah, wir haben schon 10 Chaos Wir haben so viele Chaos-Rops Ich weiss nicht, was wir mit dem machen Ich werde mal schnell Schauen, ob man die irgendwie verkaufen kann Ja genau, für 6 Scrolls Tja Also wer Chaos-Rops will Bei mir abholen Okay Level 39 Aha So gut Dann gehen wir mal weiter Submagic Passage Und Jetzt haben wir 146 Das ist eigentlich so das Optimum Bisschen noch mehr Quantity und dann Ist relativ gut Mehr will ich auch nicht Man findet dann sowieso nicht mehr So viele Mehr Items Oder besser So Also Dann gehen wir nach oben Wir haben es direkt gefunden Mit Wunder So So Ich möchte ja Ding Ähm Noch nehmen Ähm Oh Zwei Strongboxes Nicht allzu Strongboxes Pausimpfen Hab ich jetzt auch schon genug Hm Den Royal Bowie Bow Oh, ich hab ihn aktiviert Yay So Kurz zurückgehen Das war jetzt mal richtig nice Solche mag ich am liebsten Diese Strongboxes Die Games geben So Wir machen die Games 5 rein 5 ist Da habe ich schon fast alles vor Oh Gott Ähm Den brauche ich nicht So Hallo Hm Nö Auch nix So Weiter geht's Der hat Clown gehabt Aha Wir sind auch schon alle tot Ich mag Cruel Bei Metzile sind dann die Gegner viel zu zäh Aber Auch nice Die Maps Oh Ich will endlich Maps finden Beim Feuer Ähm Totem Krack Der habe ich Nicht so Glück Oder vielleicht droppen die auch erst im dritten Akt Aber da komme ich nicht weiter momentan Wenn das Teil viel zu viel Leben hat Der Boss Da hat er schon in Normal so viel Leben gehabt Dass ich längere Zeit dran geblieben bin Machen wir nichts draus Wolfpelt Aha So Ich finde diese Ebene gerade hier Ist ein bisschen langweilig Weil es nur gerade ausgeht Aber es ist mal etwas anderes Ein Silent Fresser Weiß nicht mehr genau was der macht So Ich denke irgendwie Seelenenergie Also den fressen Schutzschädel Oder so Vielleicht bei etwa der Attacke Oder so Keine Ahnung Es interessiert mich nicht Ich habe keine Dinge Kein Schutzschädel Nix So Vapoint haben wir Und jetzt kommen die hier Ihr seid ein bisschen zu spät Ah zu früh So weiter Gebt mir mal etwas Gutes Ich brauche ein gutes Item Anstelle immer herumschreien Wo ist der unbesiegbar Der da Die haben eine riesen Reichweite schon Höh Musst du dich zuerst Du musst sie durchlaufen Und den Gegner finden Bevor du kämpfen kannst Also bis sie gehen kannst Und die nerfigen sind auch hier Das ist auch ein bisschen schlecht Aber Hey Schau mal wie OP wir sind Die Frenzy. Nehmen wir die Frenzy mit? Nö, wir nehmen die Frenzy nicht. Die Frenzy kann hier bleiben. Schöne Klippen, also das ist wunderschön. What the fuck ist der tot? LOL! Das waren ungefähr 3-4 Hits von weiter hinten halt schon, aber der hat doch sonst immer so extrem viel Leben. Nun gut, da gehen wir weiter. Deshalb liebe ich die Dinge, die Frost-Sachen. Ah, sehr schön. Die Eis, sauber und Attacken sind immer so cool. Es gibt eine coole neue Attacke. Die heißt irgendwie Eis-Ding. Macht so ein, äh, es ist da eine Nahkampf-Attacke mit Stärke geben und wenn man irgendwo auf dem Gegner drauf schlägt oder am Boden, kommt so eine riesen, ähm, Ding raus. Eine Säule. Und die sieht mal cool aus. Und wenn sie genug stark ist, werde ich sie mal benutzen. Aber als erstes Charakter wahrscheinlich nicht äußerst. Ja, vielleicht mache ich schon einen Tempel, aber dann erst später umskinnen oder so. Ach, ich freue mich auf der Awakening. Ihr sicher auch. Ich werde es natürlich komplett, ähm, let's playen. Und sparsam, ja, sparsam werde ich. Endlich kein Deathsync mehr, hoffentlich. Hoffentlich halten sie ihr Versprechen. Und, ja, das Versprechen ist es ja nicht. Sie haben gesagt, sie machen es besser. So, jetzt haben wir schon 124 gelesen. Und es ist schon erst. Ah, mach das Schutzschild weg. Komm schon, weg damit. Diese Schutz-Aura nervt. Gut. Wo ist denn das Ding? Was ist das? Poison. Ah, Skelette. Okay, macht mal das. Seid ihr genug stark? Nein, seid ihr nicht. Dann gehen wir mal zum Oberding. Gegner. Was ist hier hinten? Ah, hier ist das. Ähm, das Waypoint. Gut. Ähm. Wo ist jetzt der? Den brüchten wir jetzt. Wie lange noch? 25 Sekunden. Kommt ihr schaffen. Da ist es, da ist es. Nein, da ist die Flagge. Ach, komm schon. Ihr seid so viel Spielversterber. Macht extra. Den Weg länger. Ha, davor. Davor habe ich ihn getötet. Davor. Und die Skelette sind immer noch hier. Sehr schön. So, Haast hat er auch ein Level bekommen. Ich bin ein bisschen, ähm, erkältet oder Asthma. Aber, ähm, ja, sollte gehen. Vielleicht mal schmelzen nachher. Gut. So, dann machen wir mal das Gefängnis unsicher. Und dann machen wir mal das Gefängnis unsicher. Ein Rubinring. Ne, brauchen wir nicht. Das ist defensiv, ja. Resistenzen. So. Was ist denn hier? Ah, gucken mal. Der Ogonimaul. Wo ist er jetzt hin? Ah, da liegt er am Boden. Och, Menno. Nicht immer schlafen. Aber wo ist jetzt das Waypoint? Das bräuchten wir noch. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ach, du bist ein Feigl. Weg damit. Weg damit. Weg damit. So. Easy Mode. Da ist der Boss von diesem Gebiet. Er hat halt viel Resist. Verkollt. Aber dafür haben wir ja einen Fluch. So. Ähm. Du hast nichts gegeben ab deine Kollegen. Okay. Meini. Morgen. Ja, ja, ja. Der Schild-Tabby wollte ich eigentlich nicht einsammeln. Die Arena-Platte auch nicht. So. Da haben wir auch schon eine gelbe Seitenwille. So. Nun gut. Da ist das Waypoint. Verkaufen wir die Atmos noch. So. Komm schon. Gut. Ähm. Ich hoffe, der Part ist noch nicht zu kurz. Aber. Ähm. Dass mir jetzt gar nicht ganz so gut geht. Mal schneiden muss. Mal. Bisschen raus muss. Bisschen joggen. Bende ich den Part jetzt. Und wenn er zu kurz ist, mache ich den nächsten Part. Dann ein bisschen länger. So. Also. Dankeschön für's Schauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Drago Basler. Tschüss.